Hallo so Leute zu einer weiteren Folge für den MCT-Fun! Heute mit Naxor, Magnus, Dumbs und Schiri Achja live ist auch da... sorry fast vergessen Ich erschieß den jetzt Mein Name ist Bern und, wo ist er server vara? Bin gerade an dem vorbei gelaufen , aber ist okay Okay, ich hole sie Oh mein Gott das ist doch knapp bevor man da im Fahrstuhl sitzt Ja das war knapp ... besonders Kond Hallo Das werde ich meine Antwort machen. Stimmt. Nein. Nein. Werde den. Ne, will ich nicht. Joms, komm her. Wieso? Ich hab die so... Geh weg. Danke, ich bin tot. Ja, toll. Jetzt habt ihr mir den Kill geklaut. Das ist nicht euer Ernst. Killstealer. Es tut mir leid, Josch. Der ist voll gegen so eine Metallstelle geschnallt und dann hat der sein Genick gebrochen. Oh, wie gut. Es tut mir leid, Josch. Mal gucken, was Josch denn so war. Ach ja, warte. Josch war eh noch. Will ich ihn töten? Ist das schön. Sorry, Dams. Ich liebe dich. Ich find's irgendwie lustig. Mit meiner Waffe. Mit meiner Waffe. Dams, es tut mir leid. Ich bring mich um. Hast du hier ne... Ja, hier ist ne Enzy. Ist das lustig? Was? Nee. Hallo, Natschloa. Ja, im Sprung. Das sah so gut aus. Oh nein, ich hatte keine Mut. Tschiri, hau mich. Ich war grad mitgemacht. Magnus, Minus, mein Fong, Diggi. Sorry, Dams, ich hoffe, du kannst mich verzeihen. Mann, Dams, ey. Warum müssen denn beide T's im Seff Club sein? Ist doch... Ehhhhh. Ich wusste, Alter, ich bin sehr gut. Josch, es tut mir wirklich leid. Ich renne an euch allen vorbei. Ihr rennt irgendwie... Live-Rennen auch an mir vorbei, obwohl ich mich töten wollte. Nisa, das tut mir leid. Oh, 885k war. Hm. Dams, dich krieg ich immer noch. Das stimmt. Das stimmt. Meinst du ja bei 1000? Na, Naxor. Naxor. Na... Wer ist das hier? Hallo, Josch. Ich hab keine Waffe, Josch. Willst du die mal ohne Waffe töten? Echt schade. Echt schade. Echt schade. Oh mein Gott, ich war echt wegs auf die Augen vor und schießt der Destiny so oben. Hast du natürlich was gemacht? Ja, ich weiß. Wann holst du die Taube? Komm. Komm mal live. Ich häng an den Leiter fest. Nice. Ist Wasser. Hehehe. Hehehe. Wie war es? Naxor hat mich die Waffe geklaut. Er ist schon wieder unsympathisch. Weil dir glaub ich noch nicht sympathisch, oder? Hä, wieso kann ich nicht? Ja, eigentlich schon. Ist kaputt. So am Anfang... Ja... Wo ich mich noch nicht so kann. Ich mein, jetzt kenn ich dich auch noch nicht so gut, glaub ich. Ja, ist auch besser so. Ja, hallo. Ja, für... Für... Für die... Hä? Für das ganze drumherum ist das besser. Glaub mir. Geht da rein. Geht da rein. Ja, ja. Und dann mach ich zu. Ich komm mit, warte. Okay, danke. Warte, geht das? Bob, das geht. Warte. Piri, wenn du... Wenn du Traitor bist, warte mal noch ne Sekunde. Wer ist? Warte mal, wer nicht? Aber nur eine, bitte. Ja. 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 Was soll das sein? Wie viel leben bei dir, Dumps? Hä? Ist jemand Missing in Action bei dir auch? Dumps? Bei dir auch mal Missing in Action? Drei Leute Missing in Action. Ah, okay. Ja. Gut. Es ist... Guck mal. Okay. Aber wir... Wir kommen hier nicht raus. Jetzt ernsthaft. Ja. Dumpen. Oh, Dumpen. Zuck. Oh, Dumpen. Dumpen, zuck. Oh, Mann. Oh, man. Oh, Mann. Also, Sheeri liegt noch. Leute, könnt ihr uns unten außen aus den Kerker holen? Bitte? 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 You spin my head right round, right round! Und sie müssen entscheiden, wer hat ihn gekauft? Du oder ich? Und Dams, ich hasse solche Mindgames. Ich glaube, hier kommt keiner. Hallo, Kerker, Leute. Hab ich das richtig gesehen, Dams? Nein. Nein. Kann man durchschießen? Nee, komm nicht. Danke, Leute. Josch! Robert, komm ich auch! Ja, ich seh nix! Ich muss doch vergessen. Ich weh, nein. Ich hab's nicht verdient, draus zu kommen. Kau. Komm's raus. Nein. Kau. Wut? Dein Ernst? Dein Ernst?! Was? Dein Ernst?! Ich seh das. Das ist auch ne Option, also. Nicht nur, dass Josh sich erst denkt, nein, mein Traitor-Kollege buchst nicht um, nein, bevor er stirbt mit Kippen und Händen. Ich wollt grad ein Defi kaufen! Und so, nö, du stirbst nicht. Ich war grad im Shop und dachte mir so, ja okay. Da hast du nicht gerechnet. Ich hab irgendwie nicht mit gerechnet, ey. Schalke 1-0. Woooo! Woooo! Bäh! Köln hat 6 Punkte. Aua, wieso wurde ich angeschossen? Ne, Köln hat 9 Punkte. Josh hat mich angeschossen. Nein, da hab ich dich. Josh hat mich angeschossen. Naxo, warum schießt du auf mich? Ich hab mich auch nicht geschossen. Ja, Naxo ist es. Leute, wie gesagt, Josh hat mich angeschossen. Und Naxo ist es. Ja, wie gesagt, also... Grunde, Grunde. Warum bin ich jetzt? Weil er auf mich geschossen war, als ich bin der Kino. Ich hab mich auch nicht geschossen! Du, also, man hat das ganze Leben gemacht. Ich hab mich jetzt hier oben. Ich hab mich jetzt hier oben. Ich hab mich jetzt hier oben. Warte, mein Ding. Leute. Hallo? Dump, mach mal da unten. Dump! Nein! Dump! 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 Das war ziemlich geil! Genau, so… Der Dete ist übrigens gestorben! Ich weiß nicht wie er das gemacht hat, aber er ist gesprungen. Leute ich Sie, ich kann nix machen, mein Ding ist so hoch! Ehm, 600 Typ. Du brauchst nix machen! Wir kennen sie alle selber Okay, Josh! Wo bist Du? ist drüben im kleinen haus nervig hallo dass du mich nicht getötet hast chili ist komisch dabei bin ich doch te hey mein pin geht wieder josh kann ich umbringen ja oh ich kann jetzt einen portugan die möchte ich haben josh wie geht es dir oh gott belegt ja gut sorry gams oh nein wie habt ihr das gemacht ja da bist du ich wollte mich einfach nicht bewegen weil ich dachte oh nein wenn du mich bewegst stirbst und plötzlich ploppe ich die so irgendwo über der luft und ich so nein scheiße boah hast du geleckt alter lecker wieso hast du sack mich angeschossen weil du geleckt hast ja du ich war das nicht na klar warst du das nein klar das stellst du mir du nicht so verdammt 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 wenn du sagst es kann er es dann rein du bist ja nicht so auch schon mal gemacht ich habe auch die kollegen doch hast du ich hoffe dass du gestorben ist ne halleluja okay heute ist gestorben ist immer live gewesen immer bist du jetzt auch die geschichte ganz ganz verrückte geschichte das war nichts was Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Prost. Gotti. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Scheiße. Hm. Lagenweilig. Oh mein Gott, danke, aber... Ich hab gerade deine Identität getauscht. Plötzlich steht da... Ich denk so, hä, warum schießt du jetzt auf mich? Ich denke, ist das kröp. Guck da so nacklos. War schön. Was ist das für ein Wusch? Na, jetzt ist es richtig, what the fuck? Dieses Wien, Alter, ich liebe es. Achso, ich bin verkleidet als Dumps, steht sogar da. Ja, ich weiß. Irgendwo liegt da noch dein iPhone. Ich glaube, wir haben ein Problem. Bei Naib fliegt er nicht mehr. Ah, okay. Ist egal. Das ist nicht so praktisch. Um euch zu beruhigen. Nein, ich hab's nicht. Echt nicht? Nee, das ist in die Ecke geflogen. Ich hab schon gewählt, dass es wahrscheinlich rausgerutscht ist. Magnus, wo bist du? Ich bin weg. Ich hab mich ausgelockt. Ach, Magnus. Wir haben viel zu viel Zeit noch. Das ist mir doch egal. Ich glaub auch noch Zeit. Ja? Ja. Okay. Du bist elf. Du bist elf, ja, das geht ja noch. Ah, so unten am Wassersau nicht. Ah, so unten am Wassersau nicht. Das ist nicht, Alter. Das ist nicht, Alter. Das ist nur die Suppe. Das ist nur die Suppe, oder? Ja, doch. Ja, 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 ja. Diese Buchstabensuppe. Hm. Nö. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Feige Sau. Mann! Feige Sau. Mann! Mann! Unglaublich, ey. Unglaublich. Wo bist du denn? Die Feige, da friert der mich erst mal ein. Wo ist er denn? Ja. Da hat was hinter mir. Dams? Ja? Dreh dich um. Ach, zuck mal. Ja, es ist Bär. Der Hauptbären. Was soll ich machen? Ja, stimmt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm. Ja. Hallo? Wernt? Ja. Ja. Bernd? Ja. Oh. Ah. Bernd? Oh, was kann das? Ich weiß nicht, was das kann. Wo bist du? Das kann nix. Das kann nix? Das glaube ich nicht. Ich bin weg. Ich hab nur gesagt. Ich hab mich ausgelockt. Achso. Hab ich gewonnen dann? Ja, eigentlich schon. Scheinbar bug. Ach, Gary's Mod ist so verbuggt. Ja, ist unglaublich. Zu weit weg. Zu weit weg. Zu weit weg. Zu weit weg? Zu weit weg? Ja. Alter. Das gibt's nicht, ey. Wie kann man zu weit weg sein? War das jetzt ne neue Runde? Nein. Nein. Oh, Mann. Ey, Magnus, musst du erst mal finden. Ja, kennt er da. Ja, das dachte ich mir. Das ist Huhn, ey. Ich liebe dieses Huhn. Ich kauf nur das Huhn. Weißt du, ich dachte schon, so ein bisschen nett zu Magnus. Machst du halt, gibst du mir doch ne Chance und dann schrotet er mich einfach um. Ja, ja. Ja, gibst du mir doch ne Chance, frier ich ihn erstmal ein. Ey, ich hab meine Waffe weggesteckt und hab die Crowbar rausgeholt. Ja, wir werden dich eingefroren. Mal noch einmal einen auf den Kopf gehauen, du. Du bist mir ein fairer Mann, du. Schläge auf den Hinterkopf erhöht, das Denkvermögen. Dach kaputt. Ist klar. Ist klar. Du hast aber ein Wort vergessen. Leichte Schläge. War doch nur leicht. Nicht Schläge, die 35 HP abziehen. Ich hab nur unten nach links geguckt, sehe innocent erstmal sofort einen Schritt zur Seite gemacht. Hab nur nach unten links geguckt und dann guck ich so hoch. Okay, blau ist noch safer. Ja, ja, gut, ey. Danke. So, was kaufen wir denn heute mal? Also, die Portalgun ist zu gefährlich, meine Kinder. Ich älte gerade. Ich älte gerade. Äh, letzte Runde, by the way, ist das jetzt, die läuft. Wollte mal gesagt haben. Okay. Drei Leute unten. Ich hab einen Warnbüschern geholt. Ui. Hallo. Du hast dir ernsthaft die Player-Camp geholt? Ja. Die ist halt so stupid. Das ist sie. Aber ich lauf hinter dir her. Aber guck mal, wie schön der aussieht. Ich will ihn umbringen. Ich will ihn umbringen. Ich seh mich halt nicht mal. Das ist das Traurige. Das ist das Traurige. Live. Live. Ich will ihn umbringen. Aber dann seh ich nichts mehr. Geil. Darf ich ja neu machen? Abboten. Dann bring ich ihn nicht um. Sonst hätt ich ihn umbringen. Oh mein. Da, ich mach's trotzdem. Ist mir egal. Nein, nein. Nein. Bitte nicht. Bitte doch. Bitte nicht. Daps denn, lass mich mit ein Stück weglaufen. Ja. Das haben wir aber die ganze Zeit im Ohr. Ich seh doch schon, dass eskalier mich eigentlich. Irgendjemand schießt da auf irgendjemandem. Da oben ist was passiert. Magnes ist tot. Magnes ist tot. Magnes ist tot. Magnes ist tot. Sag ich jetzt mal so. Dann ist einer von euch bei uns. Ja, das ist aber grad sehr problematisch. Ich geh jetzt. Könnt ihr mal weggehen? Ja, die sind auf mir hinterher. Ich bin einfach nur weg. Ja, ich auch nicht. Schatt, du schießt! Vielleicht? Vielleicht? Hä? 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 Was ist los? Ja, ich bin im... Oh. Shiri, du lädst ja dann. Erstmal gucken, wer dich umgebracht hat. Hä? Piep. Oh. Alive. Geil! Oh. Oh mein Gott. Gut, dass ich meinem Instinkt nicht geholfen habe. Ähm. Oh. Nee, das ist mir zu gefährlich. Tut mir leid. Nein. Nein. Da sterbe ich. Ich hoffe, Josh fällt nicht runter. Ja. Mal gehen. Tut mir leid. Oh. Hallo. Axa. Ich muss jetzt mal piepen. Ich muss jetzt mal piepen von dem... ...DNA-Scanner wegmachen. Äh. We move. Tack. Eri? Du kannst ruhig reden. Du bist die Letzte. Okay. Dann nicht. Dann rede ich mit mir selber. Josh darf nicht reden. Du willst nicht reden. Äh. 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 Oh mein Gott. Oben. 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 Okay. By the way, sorry. Ihr habt gesagt, nur entweder einer von euch beiden. Wenn viele nicht redet, ist das nicht meine Schuld. Ja. Da war, war ein Call, der hätte... Der war okay, ne? Also der war jetzt nicht gut, aber... Was hast du denn die Kamera machen? Nein, nein. Ich konnte es halt jetzt echt nicht wissen. Wenn viele nichts sagen, dann... Also... Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall für diese Runde. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.